Das ist ein gepanzerter Wagen. Absolut schusssicher, magnetische Schlösser. Der Stein ist besser bewacht als der Präsident. Warum die ganze Panik? Weil ich den Typen kenne. Wir können. Ich liebe es, wenn du die Hüllen fallen lässt. Hat er dir was gegeben? Einen lächerlichen Dollar. Ich gebe dir 20, wenn du dich weiter ausziehst. Max Burdett, der größte Juwelenlieb der Welt. Ganz toll, Stanley. Hat beschlossen, sich zur Ruhe zu setzen. Im Paradies. Wir sind auf dem Höhepunkt ausgestiegen. Ungeschlagen. Der beste Moment aufzuhören. Doch nach einer siebenjährigen Verfolgungsjagd. Was machen Sie in meinem Haus, Agent Lloyd? Ich freue mich auch, Sie zu sehen. Ist Agent Stan Lloyd davon überzeugt, dass es nur eine Tarnung ist für den größten Coup, den er je begehen wird? Die Königin der sieben Meere. Sie nennen sie die Diamantkreuzfahrt. Ich wollte ihn mir nur ansehen. Der dritte Napoleon Diamant. Der einzige, den Sie noch nicht gestohlen haben. So heißt es. Also doch kein Ruhestand. Du planst den nächsten Raufstand. Du wolltest auf diese Insel, oder irre ich mich? Sie werden mir diesen Diamanten stellen. Ich bin kein Verbrecher. Gut. Ich nehme mich auch nicht. Ihre Suite ist fertig. Sie? Ich bin nicht bestechlich, Max. Ich will Ihnen nur vor Augen führen, dass ein Mensch mit meinem Lebensstil ganz zuletzt an Diebstahl denkt. Sind Sie bereit für Ihre Massage? Ich mache Ihren Rücken und ich den Rest. Sie sind dummer von... New Line Cinema präsentiert Piers Brosnan Selma Hayek Woody Harrelson und Don Cheadle Du betrügst mich mit einem Diamanten. Die einzige Art der Versuchung zu widerstehen, ist ihr nachzugeben. After the Sunset Ein Film von Brad Redner Das zu jenig. Tod wird sein Film von Brad Redner Und dann wäre erst dann, also, noch mehr, te unpal 셋 ein Film bei Brad Redner aber auch steepTS und laut